Okay, willkommen zur nächsten Vorlesungseinheit. Wir bleiben nochmal bei den Quantengasen und klassischen Gasen und leiten jetzt die Verteilungsfunktionen her. Einmal für bosonische Systeme, das ist gegeben durch die Bose-Einstein-Verteilung. Dann für Fermion, das ist gegeben durch die Fermi-Dirac-Verteilung. Und dann machen wir den klassischen Übergang. Und da kriegen wir eben die bekannte Boltzmann-Verteilung. Und damit haben wir diese Vorlesung, eben Maxwell-Boltzmann-Verteilung, eben abgeschlossen. Okay, schauen wir uns nochmal an, wo wir aufgehört haben. Wir haben ja eben diese Anzahl der Zustände mit N-Teilchen und Energie E angegeben. Und NN ist eben die Anzahl der Teilchen im Zustand N. Das ist jetzt zu unterscheiden zu NI, das Kleine. Das NN, dem ist es jetzt egal, welcher Index welche Anregung haben. Das ist eben die Anzahl der Teilchen im Zustand N. Also es kann zum Beispiel Oszillator 1, kann im Zustand 3 sein. Und das wäre sozusagen N3. Und Oszillator 4 ist im Zustand 3. Dann habe ich sozusagen N3 ist dann 2. Dann habe ich zwei Systeme, die im Zustand 3 sind. Das ist dieses NN. Und da müssen wir natürlich berücksichtigen, dass die Systeme ununterscheidbar sind und so weiter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt NN-Teilchen im Zustand N sind, also wenn N gleich das kleine N3 wäre, dann frage ich, wie viele meiner 1000 Oszillatoren sind im Zustand 3? Und dann kommt die Antwort 2 oder 5. Und das möchte ich aber bei gegebener Gesamtenergie. Das ist ja meistens so, ich habe irgendeine gewisse Energie in mein System gesteckt, die ist konstant. Dann ist das System abgeschlossen von der Umgebung, dann ist E konstant. Und die Teilchenzahl ist natürlich auch konstant. Und das wollen wir uns jetzt herleiten, wie das aussieht. Das ist im Prinzip statistische Statistik. Und das ist eben gegeben als, gleich rot malen, und das ist gegeben als die Wahrscheinlichkeit von NN, ist gegeben als W von N minus NN. Die halte ich ja fest, Komma E minus E N mal NN. Von denen gibt es ja sozusagen NN-Oszillatoren. Das heißt, die Energie muss ich abziehen durch die Gesamtzahl der Realisierungsmöglichkeiten über die NN summiert. Das ist das, was wir ausrechnen wollen. Und die mittlere Teilchenzahl, zum Beispiel im Zustand N, kann ich dann ausrechnen. Das ist dann NN gemittelt als Summe über alle NNP von NN mal NN. Und das kann ich wieder hinschreiben als die Summe über unsere NNN mal W von N. Genau das gleiche. Minus NN, E minus E N mal NN. Und das dividiert wieder durch die Summe ohne dieses N. So. Kann man gleich besser lesen. Also so gemeint. Und wir nehmen jetzt an, dass das NN klein ist im Vergleich zu der Gesamtzahl der Teilchen. Das heißt, dass wir nicht wie beim Bose-Einstein-Kondensat in einem Zustand, im Grundzustand N0 sozusagen, oder N1, nachdem ich die Zustände durchnummeriere, dass das eben gleich Groß N ist. Also die Annahme ist das eben klein. Und dann mache ich eine Tailor-Entwicklung. Zur Erinnerung, wenn ich so eine Funktion habe, von irgendwie mehr Variablen, was ja hier der Fall ist, Kommand B von X, dann kann ich davon eben die Tailor-Entwicklung machen, indem ich A von 0 zum Beispiel mache. Wenn ich bei 0 entwickle, B von 0. Und mache dann hier eben die Ableitung von F von A von X, Kommand B von X an der Stelle eben X gleich 0. An der Stelle X 0. Und das ist natürlich hier eigentlich X 0. Je nachdem, wo ich mein X 0 natürlich hinlege. Und genau, da müssen wir korrigieren. Und dann steht hier mal X und dann kommt die höheren Terme mit mal X Quadrat und so weiter. Und das ist natürlich hier X 0 gemeint. Okay. Eine Frage. Ja? Wenn damit X 0 gemeint ist, müsste das dann nicht, die nach der X von F A X B A X B X an der Stelle X 0 mal X minus X 0? Ja, ja, genau. Das ist irgendwie blöd hingeschrieben. Okay. Genau. Also das ist natürlich, lass mal überlegen, die N N ist klein. Also eigentlich ist es bei 0. Es ist bei 0. Es ist bei 0, weil N ist ja klein. Also ist es eigentlich doch so. Es war doch richtig. Dann ist aber hier muss stehen X gleich 0. Genau. Das. So muss es dastehen. So. Danke. Und dann ist eben die Ableitung davon, ist ja sozusagen dieses totale Differenzial. D F nach D A. D A nach D X plus D F nach D B. D B nach D X an der Stelle X gleich 0. Hier steht es ja nochmal X gleich 0. Ja. Und jetzt haben wir ein Problem. Denn wir haben hier Terme X minus X Fakultät. Das skaliert mit X Fakultät E hoch X mal ln X. Und da ist die Taylor-Entwicklung sehr schlecht. Wenn immer sowas passiert, dann nimmt man den Logarithmus. Und deshalb ist auch die Entropie als Logarithmus definiert. Das heißt, wir schreiben unsere Funktion nicht direkt hin, sondern wir nehmen eben unser ln von W von A von N N. Und N ist klein, um 0. Komma B von N N. Und diese Terme A von N N und B von N N, das sind genau unsere Ausdrücke N minus N N. Das kann ich leicht ableiten. E minus E N N N. Das sind die beiden. Das ist A und das ist B von N N. Und genau. Und weil die Taylor-Entwicklung schlecht ist, macht man also sozusagen diesen Ansatz. Und weil X ist dann eben unser N N. Und das ist eben klein. Und das große X, das ist eben unser N. Die Gesamtzahl der Zustände. Und dann habe ich eben A von N N gleich N minus N N. Davon die Ableitung ist minus 1. Und B von N N gleich E minus E N mal N N. Und da ist die Ableitung dann minus E N. Genau. Und damit kann ich meinen Ausdruck jetzt schreiben. Also L N von W von A von N N, Komma B von N N. Ja. Das ist jetzt ungefähr L N von W von N, E. Und dann habe ich hier eben mein Term. Da geht dann D L N von W von N, E nach D E mal. Und das ist jetzt hier diese minus 1. Und dann haben wir den anderen Ausdruck. Der ist dann D L N von W, E nach D. Aber hier muss es nach D N sein. Ups. Und das ist nach D E mal minus E N. Und das Ganze in Klammer mal unser N N. Das ist, das N N ist unser Delta X. Okay. Also so. Genau. Das schreiben wir uns jetzt hier oben hin. Weil damit wollen wir jetzt weiterrechnen. Das ist genau die gleiche Zeile. Und wir schauen uns mal an, was wir da eigentlich überhaupt machen. Wir haben ja hier D L N von W von N, E nach D N. Und das ist ja dieses W und dafür der Logarithmus ist unsere Entropie. Das ist nämlich genau unser D S durch K B. Die Entropie nach der Teilchenzahl abgeleitet. Das ist eine Variable, die lasse ich mal offen. Die heißt jetzt erstmal Alpha. Wir werden später zeigen, dass das eben nichts anderes ist wie das chemische Potenzial. Für Fermion ist das die Fermienergie. Aber das kommt noch. Also das braucht man jetzt noch nicht verstehen, warum das so aussieht. Wir werden das noch herleiten. Und das ist für Fermion minus EF durch K B T. Aber das kommt noch später. Und unser µ ist das chemische Potenzial. Okay. Also das heißt, wir haben im Prinzip unseren Ausdruck nach N abgeleitet, nach E abgeleitet. Das kennen wir schon. Das ist die Temperatur. Das heißt, D L N von W. Die Ableitung der Entropie nach der Energie. Haben wir schon vorher gezeigt. Das war ja dann D S durch K B nach D E. Und das war 1 durch K B T. Okay, und das können wir jetzt zusammenfügen und kriegen dann raus, dass unsere Entropie, also unser L N von W von N minus N N, E minus E N mal N N. Und dann, dass sich das entwickeln lässt, dass sich das entwickeln lässt, dass sich das entwickeln lässt, als einmal der ursprüngliche Term ohne festgehaltenes E N. Und dann eben hier ein Korrekturterm, der geht mit Alpha plus E N durch K B T mal N N. Okay, ja, und jetzt gehen wir wieder zurück zum W. Wir wollen ja das W ausrechnen, dann muss man das einfach exponenzieren. Das heißt, unser W von N minus N N, E minus E N mal N N ist gleich. Also L N von W von N N, E ist einfach W von N N, E. Wenn ich das exponenziere, dann ist hier Minus, das ist das Produkt, also mal E hoch minus Alpha N N minus E N N N durch K B T. Okay, das ist unser Ausdruck. Und jetzt kann man das eben verwenden, um Sachen auszurechnen. Wenn zum Beispiel die mittlere Zahl der Teilchen im Zustand N, das ist die Besetzungszahl, also wie viele Teilchen in meinen ganzen Harmonischen, also ich habe hier 1000 harmonische Oszillatoren, ich frage, wie viele sind im Zustand 5? Und dann kann ich eben ausrechnen, N von E N ist gegeben als Summe über N N N N N und dann steht hier W von E, N. Und jetzt kommt was ganz Interessantes raus, deshalb mache ich das. E von Minus Alpha N N, das haben wir ja gerade hergeleitet, Minus E N N N durch K B T. Ja, und das steht hier durch Summe über N N N, also einfach W von E, N mal E hoch minus Alpha N N N minus E N N N durch K B T. Oh, das ist ja unabhängig von N N N. Das ist eine Konstante, die oben und unten steht. Und das ist jetzt interessant, also dieses W von N N, das hat ja die Eigenschaften von unserem System, also das Potenzial. Wir haben ja gesagt harmonischer Oszillator. Das steckt in diesem W von E, N drin. Das heißt, in unserer Herladung offenbart sich jetzt, das ist für die Verteilungsfunktion irrelevant, welches Potenzial das ist. Wichtig, das sehen wir jetzt im Folgenden, ist einzig und allein, ob das ein fermionisches System ist, bosonisches System ist oder was auch immer. Das heißt, unser N N ist unabhängig vom System. Und dann haben wir noch die wichtige Eigenschaft, dass wenn ich eine Funktion habe und das ist der Logarithmus von einer Funktion und ich habe sowas wie F' von X, dann ist das die logarithmische Ableitung. Da steht oben die Ableitung und unten die Funktion. Gehen wir nochmal zurück. Hier steht N N, hier steht E hoch N N. Das heißt, wenn ich diese Funktion nach E N ableite, kommt das hier raus. Hier oben steht die Ableitung von dem, was hier unten steht. Das heißt, wir können jetzt diese Formel benutzen, um das eben umzuschreiben. Das heißt, unsere Funktion F von X bei uns ist jetzt gleich Summe über N N E hoch minus Alpha N minus E N mal N N durch KB T. Und dann kann ich diese Formel benutzen. Das heißt, unsere Funktion abgeleitet nach Alpha, wollte ich sagen. Wenn ich das ableite, dann kommt ein N N raus. Und wenn ich das ableite nach E N, wird ein KB T N N rauskommen. Das heißt, ich habe D F von X nach D Alpha ist minus N N F von X. Und das kann ich jetzt benutzen, um unseren Ausdruck jetzt hinzuschreiben. Das heißt, unser, unser schreibt es mal hin, N, also die mittlere Anzahl von Teilchen. Ich kann es als N N schreiben oder N von E N. Also die Fragestellung ist, wie viele Teilchen sind im Zustand E N. Die kann ich geben als minus D nach D Alpha von L N von Summe über N N E hoch minus Alpha N N minus E N N N durch KB T. Wir haben jetzt immer mit ununterscheidbaren Teilchen gerechnet, aber noch nicht eingesetzt, ob wir Bosonen haben oder Fermionen. Weil das ist jetzt ausschlaggebend, wie diese Summe hier geht. Bei Fermionen kann die Besetzungszahl nur 0 und 1 sein. Ich kann entweder eine Anregung drin haben oder 0. 2 geht nicht, weil Fermionen können nicht im selben Zustand sein. Bei Bosonen geht das eben von 0 bis unendlich. Also für Bosonen geht diese Summe von 0 bis unendlich. Und wir haben die Summe zu bilden und wir sehen, das ist eine geometrische Reihe. Also wir können sozusagen die Summe bilden. N N gleich 0 bis unendlich. Und haben hier Z hoch N N. Das steht hier. Da steht N N und hier steht N N. Das heißt, unser Z ist gegeben als E hoch minus Alpha minus E N durch KB T. Okay, und das können wir bestimmen. Das ist eine geometrische Reihe, für die die Lösung bekannt ist. Denn die Summe von M gleich 0 bis unendlich von Z hoch M ist 1 durch 1 minus Z. Wenn Z-Betrag kleiner als 1 ist, natürlich. Das ist der Fall. Das ist ja hier alles positive Zahlen. Das heißt, wir haben hier eine Zahl, die kleiner ist als 1. Okay, das ist schon mal super. Wir können also jetzt das ausrechnen und dann einsetzen und bekommen jetzt die Bose-Einstein-Verteilungsfunktion, die uns angibt, was die mittlere Zahl der Teilchen im Zustand N sind. Wenn ich das ausführe, habe ich jetzt N von E N für Boson. Die mittlere Anzahl der Zustände für Bose-Einstein-Verteilung ist gegeben als minus D nach D Alpha von L N von Summe gleich 0, von N N gleich 0 bis unendlich von E hoch minus Alpha minus E N durch KB T hoch N N. Klammer zu. Das haben wir ja schon ausgerechnet, weil es jetzt setzt sich hier die Lösung für die geometrische Reihe ein und habe gleich minus D nach D Alpha von L N von 1 durch 1 minus E hoch minus Alpha minus E N durch KB T. Okay, das ist die Lösung und dieser Ausdruck hier, der ist wiederum nichts anderes, den kann ich noch ein bisschen anders schreiben. Wir wissen, der Logarithmus von 1 durch ist minus, das heißt, dieses Minus geht weg. Das heißt, wir haben hier die Ableitung nach D Alpha von L N von 1 minus E hoch minus Alpha. Das wird immer einfacher, das ist immer toll, durch KB T. Jetzt machen wir noch die Ableitung und kriegen raus, das ist die Ableitung vom Logarithmus. Das heißt, wir können wieder diese Formel benutzen, diese hier. Ja, und das heißt, wir haben hier gleich 1 durch Alpha plus E N durch KB T. Wir haben noch, wenn ich sozusagen diesen Ausdruck ableite, ja, da kommt ja dieser Ausdruck raus und dann haben wir noch hier entsprechend jetzt gekürzt, sodass sich hier ein Plus 1 ergibt. Ja, die Minusse fallen jetzt weg, weil ich durch diesen Ausdruck eben kürze, ja. Und dann ist das unsere Bose-Einstein-Verteilung, ja, haben wir jetzt hergeleitet, die uns angibt, was ist die mittlere Zahl der Teilchen im Zustand N. Bei tiefen Temperaturen, da geht das sozusagen gegen unendlich. Das sind alle Teilchen im Zustand Null, im Grundzustand. Und bei hohen Temperaturen, da verteilt sich das entsprechend, ja. Wir werden das noch plotten. Ganz anders sieht es aus, wenn ich Fermionen habe, dann darf die Summe hier nur von Null bis Eins gehen. Ja, können wir also auch hinschreiben. Der Fermion darf N, N nur N und N und Eins sein. Das kann ich jetzt auch hinschreiben. Und dann haben wir mit derselben, fast selben Herleitung schon zwei Verteilungsfunktionen hergeleitet und die Maxwell-Boltzmann-Verteilung, da müssen wir dann nur noch berücksichtigen, dass entsprechend mehr Realisierungen jetzt entstehen, weil die Teilchen nämlich unterscheidbar sind. Und das machen wir dann gleich auch noch. Dann haben wir alle drei Verteilungsfunktionen hoffentlich verständlich hergeleitet. Fermi-Dirac-Verteilung ist eben gegeben als, na gut, schreiben wir es hin, Minus, das bleibt ja alles gleich. Und jetzt kommt hier die Nullte Summe und die Erste, also gleich N, N von 0 bis 1 von E hoch minus Alpha minus E, N durch K, B, T. Und das hoch N, N. Hoch 0 ist natürlich das 1 und hoch 1 ist das immer einfach genau der Ausdruck. Das heißt, wir haben hier auszurechnen D nach D Alpha von LN von 1 plus E hoch minus Alpha E, N, N durch K, B, T. Und das ist fast das Gleiche, nur dass hier ein Pluszeichen kommt. Wir haben also E hoch Alpha plus E, N durch K, B, T plus 1. Okay, vergleichen wir nochmal. Der einzige Unterschied ist hier dieses Plus und hier dieses Minus. Das führt zu einer ganz anderen Verteilungsfunktion. Diese Verteilungsfunktion muss immer kleiner als 1 sein und sieht auch ganz anders aus, wenn man das plottet. Wir plotten am Schluss, wenn wir alle hergeleitet haben. Gehen wir zu klassischen Teilchen. Was ändert sich da? Nun, bei klassischen Teilchen will ich N unterscheidbare Teilchen auf die N, N Plätze verteilen. So habe ich für das erste Teilchen, kann ich jetzt aus diesen N Teilchen natürlich N auswählen. Die sind alle unterscheidbar. Das heißt, das ist jedes Mal eine andere Realisierung. Das heißt, ich kann für das erste N Möglichkeiten. Dann habe ich aber nur noch N minus 1 Möglichkeiten. Aber ich habe ja nur N, N Plätze. Das heißt, ich habe die Möglichkeiten als N mal N minus 1 und so weiter bis zu N minus N, N. Kann ich das irgendwie schöner schreiben? Ja, ist einfach N Fakultät durch N, N Fakultät. Da fehlt eine Fakultät. Da wird gleich anmerken. Und das sind eben meine Möglichkeiten, mein System zu realisieren, ohne dass N, N, die Anzahl der Zustände im Quantenzustand klein N eben sich ändert. Und wenn ich das jetzt hinschreibe, dann steht genau das wie vorher da bei den Bosonen. Bloß, dass eben N, N Fakultät durch N, klein N Fakultät vorne dran multipliziert wird. Also sieht das Ganze so aus. Wir haben hier N von E, N und davon jetzt die Maxwell-Boltzmann. Und das ist jetzt gleich Summe über N, N. Dann kommt jetzt hier unser Vorfaktor N Fakultät durch N, N Fakultät mal N, N. Und der Rest ist genau, also ab hier ist alles wie bei den Bosonen. Und dann steht hier Minus Alpha N, N minus N, N, N durch K, B, T. Und dann steht im Nenner das gleiche, bloß ohne das N, N. Also N Fakultät durch N, N Fakultät. Und dann steht hier E hoch minus Alpha N, N minus E, N, N, N durch K, B, T. Das darf ich nicht wegkürzen, weil wir über N, N summieren, aber dieses N Fakultät, das kommt weg. Und damit habe ich jetzt folgende Summe zu bilden. Minus D nach D Alpha von L, N von Summe über N, N von E hoch minus Alpha minus E, N durch K, B, T. Und unten ist dann eben unser N, N Fakultät. Und das liegt daran, dass ich hier eben oben die Ableitung wieder habe, nach Alpha. Und deshalb kann ich das so einfacher schreiben. Und das sieht aber interessant aus. Guck mal, hier steht N, N Fakultät. Das sieht nach der Taylor-Entwicklung einer E-Funktion aus. Ach, hier muss noch ein hoch N, N. Jetzt sieht es danach aus. Und genau, das verwenden wir jetzt auch. Das heißt, ich kann das Ganze umschreiben, denn die Summe über N, oder wenn ich jetzt mal mit einem anderen Buchstaben mal, M gleich 0 bis unendlich von Z hoch M durch M Fakultät ist ja E hoch Z. Und damit kommen wir zur Maxwell-Boltzmann-Verteilung, indem ich Z einfach ersetze zu E hoch minus Alpha minus E, N durch K, B, T. Okay. Und das machen wir jetzt und kriegen dann unsere Maxwell-Boltzmann-Verteilung raus. minus E, N, Boltzmann und da steht jetzt minus D nach D Alpha von L, N von E hoch. Und dieses E hoch muss ich jetzt einsetzen, ja. Also das heißt, ich habe jetzt hier E hoch. Ich muss ja, das Ganze hier ist ja der L, N, das heißt, das exponenziere ich. Jetzt war aber das hier oben auch die E-Funktion, das heißt, ich habe hier E hoch, E hoch. Ja, aber E hoch, E hoch minus Alpha minus E, N durch K, B, T. Okay. Und die Klammer zu. Und wenn ich diese Ableitung, und wenn ich den L, N, dann nimmt dieses E wieder weg, dann bleibt die Ableitung noch übrig. Das heißt, ich habe hier minus D nach D Alpha von E hoch minus Alpha minus E, N durch K, B, T. Und leite das jetzt ab und bekomme dann raus 1 durch Alpha plus Alpha plus E, N durch K, B, T. Und das kann ich das 1 durch noch ein bisschen anders schreiben. Da steht da gleich E hoch minus Alpha minus E, N durch K, B, T. Dieses Alpha bekommen wir dann eben aus der Normierung raus. Das machen wir gleich. Okay. Das ist unsere Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Und wir brauchen eben E hoch minus Alpha durch N. Das ist sozusagen unsere Normierungsbedingung, die so gewählt sein muss, dass P von E, N ist ja dann A mal E hoch minus E, N durch K, B, T. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese Wahrscheinlichkeitsverteilung summiert über alle möglichen Ns eben 1 ist. Das heißt, die Normierung ergibt sich aus Summe über N von P von E, N gleich 1. Und daraus folgt, dass A gegeben ist als 1 durch diese Summe. Über N von E hoch minus E, N durch K, B, T. Okay. Okay. Gut. Damit haben wir unsere Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Und die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist gegeben als P von E, N. Und das sieht dann so aus. E hoch minus. Das ist die klassische Verteilung für unterscheidbare Teilchen. Und für den Grenzfall hoher Temperaturen, wenn die De Bruyne-Wellenlängen eben klein werden und wir kaum Überlapp der Wellenfunktion haben, nähern sich diese Verteilung an, wie wir gleich sehen werden, wenn wir das plotten. So, machen wir mal hier über Summe über N. Und dann steht hier E hoch minus E, N durch K, B, T. So, wenn man es schön schreibt. Okay. Und dann schauen wir uns mal an, wie die aussehen, wenn wir sie plotten. Ich wollte erst eine Rechnung machen. Entschuldigung, die Plots kommen gleich. Wir wollen jetzt mal die Mittlerenergie eines klassischen Teilchens ausrechnen. Also, E gemittelt ist dann eben Summe über N, E, N mal P von E, N. Und das ist eben gegeben als Summe über N, E, N mal E hoch minus E, N durch K, B, T. Durch eben Summe N, E hoch minus E, N durch K, B, T. Und bei einem harmonischen Oszillator habe ich E, N gegeben als E, N gleich H quer Omega 0 mal N. Das ist die Energie von einem harmonischen Oszillator und kriegt dann eben diesen Ausdruck raus. Und den kann ich eben, genau, und den kann ich jetzt eben plotten. Wir haben eben jetzt für verschiedene, diese harmonischen Oszillatoren können aus Boson, aus Fermion, aus unterscheidbaren Teilchen ausschauen. Und mein E 0 ist genau H quer Omega. Genau das werde ich jetzt eben plotten. Und wir werden sehen, dass eben bei hohen Temperaturen die Debräuwellenlänge ganz klein wird und deshalb es keinen Unterschied macht, ob ich Fermion, Boson oder unterschiedliche Teilchen, unterscheidbare Teilchen haben, weil die Wellenfunktionen sich eben nicht überlappen. Nehmen wir mal als E 0 diese H quer Omega 0 an. Und dann haben wir eben hier für eine Temperatur, die ein Fünftel E 0 durch Kb ist, also wo KbT gleich ein Fünftel E 0 ist. Das heißt, wir haben eine sehr tiefe Temperatur im Vergleich zur Grundzustandsaufspaltung. Sehen wir, dass unser klassisches System, das sieht so aus, und das Bose-System ist noch lieber im Grundzustand wie das klassische. Und die Fermi-Verteilung, die nimmt so eine Stufenfunktion an. Wir werden noch sehen, wenn man T ganz klein macht, dann wird diese Stufe tatsächlich so für Fermion. Dann füllt sich das alles auf bis zum Rand und wir haben eben keine thermischen Anregungen. Die thermischen Anregungen, die führen zu einer Aufweichung hier an dieser Kante. Und wenn wir jetzt eben zu höheren Temperaturen gehen, zum Beispiel zu unserer H quer Omega 0, das ist jetzt hier, wenn das ist sozusagen, ich habe mir so einen Strichwein bekommen, also hier steht E 0 durch Kb, also dann sehen wir, wie sich die Bose-Verteilung immer noch piekt. Das blaue ist die Bose-Verteilung. Die Fermi-Dirac-Verteilung wird noch kleiner, hier hinten allerdings größer. Und die klassische ist so, das Grüne ist so zwischen beiden. Wenn die Temperatur noch höher wird, zum Beispiel 5 mal E 0, dann liegen die alle hier unten drin. Die kann man nicht mehr unterscheiden. Ist egal, die Verteilung wird durch die Maxwell-Boltzmann-Verteilung dann auch korrekt beschrieben. Okay, soviel zu dieser Vorlesungseinheit. Gibt es dazu erstmal Fragen? Wenn nicht, dann machen wir... Bei der geraden Funktion, also wo das so wie ein Kasten aussieht, ist die Stetigkeit dann noch gegeben? Das ist eben für die Temperatur 0 und die Temperatur 0 ist ja nach dem dritten Hauptsatz der Thermodynamik, kann man die eigentlich nie erreichen. Also absolut 0, das ist dann nicht die Temperatur, welche für die Superfluide gemeint ist? Nein, das sind ja bei Fermionen, da gibt es eh keine suprafluiden Eigenschaften. Da haben wir eben Fermi, da haben wir im Prinzip alle Atome aufgefüllt bis zur Fermi-Kante. Und bei Temperatur 0, die man ja eigentlich nie erreichen kann, ist da sozusagen keine thermische Aufweichung. Okay, ja. Das klärt's. Danke. Okay, vielen Dank. Dann würde ich jetzt die Aufnahme stoppen.